Hallo! In diesem Video geht es um Aspekte und Ursachen der Radioaktivität. Wahrscheinlich kennst du dieses Gesicht. Und wahrscheinlich kennst du auch eine berühmte Formel dieses Mannes. Doch weißt du auch, was Albert Einsteins Formel bedeutet? Und was sie mit der Radioaktivität zu tun hat? Die Antworten gibt es in diesem Video. Um den Inhalten in diesem Video folgen zu können, wäre es gut, wenn dir die Atommodelle von Bohr und Rutherford bekannt sind und dir die Symbolschreibweise der Kerne vertraut ist. Denn zu Beginn wollen wir nur kurz den Aufbau der Atome wiederholen. Dies ist eine Voraussetzung für das Verständnis der Radioaktivität. Zum Schluss zeige ich dir, welcher Nutzen und welche Gefahren in diesem Phänomen stecken. Beginnen wir also mit dem Atomaufbau. Das Atommodell von Ernest Rutherford beschreibt einen positiv geladenen Kern und negativ geladene Elektronen in der Hülle. So ein Atom ist dabei schon unglaublich. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com